Bildung und persönliche Entwicklung. Die zwölf Lebensbereiche. Mehr auf markusflicker.com. Der Lebensbereich Bildung und persönliche Entwicklung ist von entscheidender Bedeutung, um Wissen zu erweitern, Fähigkeiten zu entwickeln und sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. Diese lebenslange Reise der Bildung und Entwicklung ist ein Schlüssel zur Erfüllung und zum Erfolg im Leben. Lebenslanges Lernen. Bildung hört nie auf. Lebenslanges Lernen ist eine Grundvoraussetzung, um mit den ständigen Veränderungen in der Welt Schritt zu halten. Es umfasst die Bereitschaft, ständig neues Wissen aufzunehmen und sich in verschiedenen Bereichen zu verbessern. Formale und informelle Bildung. Bildung kann in formalen Einstellungen wie Schulen und Universitäten stattfinden, aber auch informell, durch Selbststudium, Online-Kurse, Mentoring und Erfahrungen im täglichen Leben. Die Kombination aus formaler und informeller Bildung ist oft am effektivsten. Persönliche Entwicklung. Bildung ist nicht nur auf akademisches Wissen beschränkt, sondern beinhaltet auch persönliche Entwicklung. Das Erlernen von sozialen Fähigkeiten, emotionaler Intelligenz, Resilienz und die Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls sind entscheidend für die persönliche Entwicklung. Berufliche Weiterentwicklung. Bildung spielt auch eine wesentliche Rolle in der beruflichen Entwicklung. Die Erweiterung von beruflichen Fähigkeiten und Qualifikationen durch Schulungen, Workshops und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten ist entscheidend für den beruflichen Erfolg. Kreativität und Problemlösung. Bildung fördert die Kreativität und die Fähigkeit zur Problemlösung. Sie ermöglicht es, neue Ideen zu generieren, Innovationen voranzutreiben und Herausforderungen effektiv zu bewältigen. Empowerment und Selbstverwirklichung. Bildung kann Menschen ermächtigen, ihre Ziele zu erreichen und sich selbst zu verwirklichen. Sie trägt zur Stärkung der Entwicklungsfähigkeit und zur Übernahme von Verantwortung für das eigene Leben bei. Die Pflege dieses Lebensbereichs erfordert Engagement, Disziplin und die Bereitschaft zur Selbstreflexion. Es bedeutet Zeit und Ressourcen für Bildung und persönliche Entwicklung zu investieren. Dies kann die Teilnahme an Kursen, das Lesen von Büchern, das Knüpfen von Beziehungen zu Menschen oder das Sammeln von Erfahrungen in verschiedenen Lebensbereichen umfassen. Bildung und persönliche Entwicklung sind lebenslange Prozesse, die kontinuierlich stattfinden. Sie tragen nicht nur zur persönlichen Erfüllung bei, sondern ermöglichen es auch, beruflich erfolgreich zu sein und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Zusammenfassend ist dieser Lebensbereich Bildung und persönliche Entwicklung von zentraler Bedeutung, der die Grundlage für das lebenslange Lernen und die persönliche Verbesserung bildet. Die Bereitschaft, Wissen zu erweitern und Fähigkeiten zu entwickeln, ist entscheidend für den individuellen Erfolg und die Entwicklung einer erfüllten Lebensweise. Mehr dazu auf markusflicker.com und im Podcast natürlich auf YouTube, auf Social Media und im Buch Dein Lebensrad drehen, die 12 Lebensbereiche. Danke für dein Feedback, dein Daumen hoch, deine 5 Sterne Bewertung, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.